Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Climcom Deliverance. Wir sehen immer noch rot, so wie am Ende der letzten Folge. Wir sind noch sehr stark verletzt. Die Frage ist, geht es durch Schlafen möglicherweise besser? Ich trödele nicht, du hast keine Zeit zu verlieren. So, Theresa, Zeit erwachsen zu werden, das schöne Kleid anzuziehen und deinen zukünftigen zu treffen. Aufbrechen. Kannst dann keine Arbeiten mehr verrichten? Ja, wir haben ja auch, glaube ich, keine Arbeiten mehr zu tun. Nun, ich komme eh nicht drum herum. Alles okay. Oh, wir sehen nicht mehr rot. Sehr schön. Ja, wir sehen nicht mehr. Ach du meine Güte, das wird wohl er sein, der ältere Herr da, ne? Ja, wir sehen nicht mehr. Haut sie jetzt ab? Oder geht sie zu ihm hin? Ne, sie haut ab. Okay. Vater wird mich umbringen, weil ich nicht beim Fest war. Nun denn, auf zu ihm, dann habe ich es hinter mir. Ja, durchaus möglich, ne? So, was gibt es denn hier Schönes? Hier sind Groschen drin. Stohlen? Nicht. Gut. Ich habe es mitgenommen. Best begonnen, unerwarteter Besuch. Ähm. Füttere die Hühner, füttere den Hund. Ähm. Dann muss ich aber sicherlich hier noch ein bisschen Fleisch nehmen. Ein Stück Fleisch. Wo ist Hundi? Ne Hund. Es gab Ärger mit den Krachen. Schöner Futter. Geh' für euch. Bock, 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 bock. Bitte sehr. Füll eure Schnäbchen. Wann sehen, ob sie sich diesmal für das Futter interessieren. Keinbar nicht. Und der Hund natürlich noch. Spitzer. Füttern. Sie mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ich würde ein Stück Fleisch im Dreck schmissen wahrscheinlich. So. Bitte schön. Was hat er? Ich schick. Ich würde wohl getrunken. Oh. Hi. Was ist passiert? Grundgütiger. Was ist denn passiert? Was glaubst du denn? Fertig gemacht wurde ich. Der Bastard Heinrich war's. Herr im Himmel. Wie kleine Jungs. Hm. Sieht übel aus. Dann mach irgendwas. Ich blute. Zeig mal her. Ach. Nö, ein Schub für dem helfe ich nicht. Mach mal halblang. Wenn du was willst, musst du höflich fragen. Ich bin nicht deine Magd. Verbindest du das für mich? Bitte? Wer sich so verhält, sollte besser lernen, sich selbst zu heilen. Ohrfeigen müsste man dich. Aber ja. Ich bin jetzt mal so gnädig und hole ein Verband. Leider bin ich zu gutmütig, um mich einfach links liegen zu lassen. Warte, ich besorge einen Verband. Ja. Tja, Bisek. Tja, Bisek. Ähm. Soll ich mal gerade gucken? B. Bring Bisek an der Wand. B. Wo bin ich denn in Verband? Kann hier irgendwo ein Verband liegen? Kann ich nicht, ne? Nicht hier drinnen? Ein Verband? Hallo? Verband? Eigentlich so. Was gibt's denn hier aber sonst noch? Das ist nur für Essen. Ja, das ist nur für Essen. Ähm, gut. Muss man mal weiter suchen. Aber wenn ich nichts finde, dann kriegt er eben nichts. Was haben wir hier? Oh, die Groschen nehme ich mit. Ein Kupferring. Und eine Axt zur Verteidigung. Wer weiß, wie ich das mal brauchen werde in der Zukunft. Ne, aber ansonsten haben wir hier keinen Verband. Ja, dann kriegt halt Biszek seinen Verband nicht. Ist mir jetzt ordentlich auch egal. Ich guck jetzt nochmal in seinem... Wer hier haust. Aber hier sieht's auch so aus, als ob er nix da hätte. Nö. Ach, auch egal. Du kriegst deine Fächer. Wieso? Warte. Wegen gestern. Was hast du gestern getrieben? Meister Pfeffer war da. Er hat den ganzen Abend gewartet und du bist nicht gekommen. Ja... Tut mir leid. Tut mir leid, ich... Als ich Johanka, Matthias, Heinrich und Bianca gesehen habe. Und dann den wartenden Meister Pfeffer. Du hast das Weite gesucht und ihn im Regen stehen lassen. Es tut mir leid, Vater. Ach, du warst schon immer ein Dickkopf. Wie deine Mutter. Ich kann dir nicht böse sein, aber eines Tages wirst du heiraten und sei dir versichert, dass ich nicht jeden akzeptieren werde. Ich weiß, Vater. Ich würde eben gerne ein Wörtchen mitreden. Gut einverstanden. Ich lass dich nicht mehr außen vor. Erwarte aber, dass du dann vernünftig bist. Das Fest geht heute dennoch weiter und Meister Pfeffer wird dort sein. Er bezahlt das schließlich alles. Aber lassen wir das. Es gibt viel zu tun. Kannst du zum Schmied gehen und unsere Nägel abholen? Sie sollten fertig sein. Der Zaun repariert sich schließlich nicht von selbst. Jawohl, Vater. Ich hole sie. Ich soll beim Schmied die Nägel abholen haben. Kann aber Bischek immer noch einen Verband bringen. Wir wissen nur nicht, wo hier noch ein Verband ist. Wenn ich auf dem Weg hier noch einen Verband finde, dann bringe ich ihm auch einen mit. Aber nur wenn ich auf dem Weg einen finde. Inventar dürfte ich keinen haben, ne? Künstiges. Rüstroschen. Dabei habe ich keinen. Ist aber auch nicht so wild. Vielleicht finden wir ein wenig. Eigentlich hat er auch keinen Verband verdient. Der Bischek ist nicht gerade ein netter. So. Aber wir begeben uns mal in Richtung der Burg hier oben. Und werden mal gucken, ob jetzt die Nägel fertig sind. Und wir waren beim Heinrich vorbei. So. Schaut man denn schon irgendwas von der nahkommenden Gefahr? Weil hier hinten ist sie hergekommen, ne? Das ist ja scheinbar noch nix. So. Ja. Der Hund lässt mich wieder hier nicht rein, was er sonst wie letztes Mal. So. Hallo, Theresa. Grüßt euch. Na, mit dem kann ich nicht sprechen. Ach ja. Pferdchen. Kann ich euch jetzt vielleicht einen von euch nehmen? Nein. Schade. Hättet ihr klappen können. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Wie sieht es mit den Nägeln aus? Hier, bitte. Danke. Und wie geht's, Bianca? Ähm, gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Wie ich hörte, hattest du Ärger mit Bischek und dem Deutschen. Äh, etwas. Tut mir leid. Es lief aus dem Ruder. Ach, was. Ich hoffe, dieser Idiot Bischek hat bekommen, was er verdient hat. Kann ihn nicht ausstehen. Ich dachte, da er ja auch von der Mühle ist... Tja, falsch gedacht. Er ist ein Schwein. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Oh, jetzt bin ich automatisch wieder dort unten. Sakura. Jetzt, jetzt. Der Überfall. Denn ich kann mich automation über dem Bischee ausöpnor. Die Mühle ist sicherlich. Ich über die Gäbe sehr mosque auch. heard Herr habe sehr leicht impaired, Publicer hat sich selbst hearteger, die Hab dichoDIO. Můj milej ho nenajde, bude ho mít jenej. Rozběhlo se jablíčko, ze straně poředí. Můj milej ho nechidí, u plave na věci. Protovali, kterýl nebojník. Ate, co ty újlejíš? Když mylšte. Když mě to přišlejte, který který je nát. Was? Was ist hier los? Bisek! Sie sind überall! Sie bringen alle um! Was? Bisek, ihr müsst, ihr müsst... Mist! Bisek! 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 Nein! Glocken! Bisek! 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 Der Schluss ist zwar nicht ganz abgelaufen, aber... Ich wollte, dass es so abläuft. So, jetzt muss ich bestimmt geduckt, ja, ist mir doch egal, ob ich Bishik den Verband gebraucht habe oder nicht. Muss ich jetzt den Typen? Stimmt, ähm, den kann ich doch auswählen, ne? Ich könnte theoretisch auch die Axt auswählen. Okay, suchen wir es mal. Ja. Kannst du, äh, 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 öff gedruckt, okay. Ja, das hat nicht ganz geklappt, wie ich wollte. Aua. Wie, jetzt sind das zwei Gegner? Ja. Oder mehrere. Oh Gott. Ja, da habe ich keine Chance gegen. Ich glaube, das werde ich verlieren. Okay, komm ich hier nicht raus. Doch. Ähm, was muss ich machen? Ja, das habe ich jetzt schon gut wie versorgen. Was soll ich machen? Okay. Ähm, das war nicht so geplant. Und? Ich versuche das ganze mal. Jetzt. Ich will langsam. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin drin. Ja, ich bin drin. Ja, ich bin drin. habe ich das nicht ausgerüstet hallo mein gott problem ist einfach dass ich keine chance aber jetzt so unglücklich viele von denen kann ich den nicht einfach von hinten aber das ist doch so bescheuert wenn ich es bitte einfach wenn es mehrere sind schaffe ich das nicht einem nacheinander wäre es vielleicht noch unmöglich aber bei mehreren ist das unmöglich freunde muss mal gucken wie ich das jetzt anstelle kann ich den jetzt vielleicht doch ausrüsten hey kann ich nicht aber die axt ausrüsten wenn ich die wenigstens was falsche du hast du das nicht gehört weil er doof dafür ist warum ich weiß es auch nicht warum das nicht jetzt kommt schon endlich drauf Er darf nur seinen Kumpels nicht Bescheid sagen, ne? Komm hier, ich nehme hier alles mit. Okay, jetzt wiege ich zu viel. Wand ist sicherlich nicht verkehrt. Was wiegt denn viel? Oh du meine Güte. Du kannst nicht spürten, weil du überladen wirst. Jawohl, lass mich hier durch. Was muss ich hier machen? Also, ich will jetzt mal gucken. Questlog. Entkomme den Angreifern. Hörter und Schreiber wurden von einem... Ah, okay. Im Endeffekt sollte ich vielleicht wirklich versuchen, einfach nur aus der Tür zu fliehen. So. Jetzt. Geh. Drauf. Du sollst. Drauf. Gehen. So. Tritt doch mal zu. Ja auch hier. Ein bisschen. Hallo. Tschüss. Jetzt fliehen bitte, danke. Okay. Aber ich weiß ja noch nicht mal wohin ich fliehen muss, ne? Aber ich vermute jetzt einfach mal oder versuche jetzt mal hier raus zu kommen irgendwie. Aber das klappt nicht. Überhaupt nicht. Wie soll ich denn da bitte entkommen? Gibt es irgendwie ein Geheimgang? Durchs Fenster klettern. Ah, okay. Wenn die so Glück haben. Oh. Oh. Gut. Jetzt geht es ihm gut. Ich muss ihn finden. Was muss ich finden? Achso. Den Bruder. Oem. Ich gelange zu den Minen und dann die Samen. Oah. Oah. ahanwfpsschnell. O Gott, o Gott. Ich bin nicht im direkten Kampf-Dings. Wo kommt denn der auf einmal her? Das geht mir, muss ich jetzt gerade mal zugeben, ein bisschen auf dem Senkel. Scheiße, ihr. Ja, was ist denn? Kannst du jetzt endlich mal... Oh mein Gott, ey. Ja, ich weiß. Töte mich doch einfach. Wir wärsen einfach mal damit, wenn du ein dummer Spast bist. Oh Mann, ey. Ey, das kann ja was geben hier. Ja, ist okay. Ne, ohne Witz, bei sowas werde ich salzig. Das ist doch nicht normal. So, jetzt wechsle ich erst auf die Waffe. Hier, und dann kletter durchs Fenster. So, und jetzt müssen wir mal mal gucken. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich will es umführen. Ich will es umführen. Ich will es umführen. Ich will es umführen. Jetzt habe ich schon wieder vergeigt, glaube ich. Da ist der Weg hier witzig. Da ist ja noch ok. Ich könnte Glück haben. So, dann wollen wir mal versuchen, vielleicht über diesen Bach dahin zu schleichen. Vielleicht habe ich ja Glück und es funktioniert. Die Frage ist zwar zu bezweifeln, aber der Such macht gut, aber wie sagt man, so schön. So, kann ich jetzt da irgendwo drüber, weil die noch da gehen? Glück habe, sollte das funktionieren, ich kann da herlaufen. Dann jetzt hier links rein, da entlang, weil wer weiß, was hier oben und so wartet. Sind wir jetzt schon mal die Minen ein bisschen näher gekommen? Hier irgendwo? Bullien? Direkt nicht, die hier oben halt eben. Aber ich weiß jetzt eigentlich, kann nicht, wenn ich hier reingehe. Muss ganz still bleiben, glaube ich. Kann ich denn dann hier hoch? Na scheiße, ich glaube ich bin gerade entdeckt worden. Ich will jetzt mal gucken um Christlock. Ähm. Ich gelange zu den Minen und finde Samuel einfach nur. Ah. Oh, kacke. Jetzt geh doch einfach. Warum tauchen die ausgerechnet jetzt so hart auf? Gott hab Gnade. Da komme ich nicht rein. Hoffentlich hat Samuel sich versteckt. Ich muss zu einem anderen Eingang. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Der Eingang ist auf jeden Fall schon offen, aber jetzt habe ich keine Chance mehr hier. Mein Gott. Ich sehe überhaupt nichts. Und das reagiert hier auch alles nicht. Meine Güte. Jetzt kannst du mich einfach nur umbringen. Meine Güte. Warum hast du mich denn eigentlich überhaupt gesehen? Wie kommst du hier nicht rein? Kommst du hier nicht hin? Ein bisschen blöde? Ja genau. Töte mich einfach bitte. Danke. Mach einfach. Ich mache jetzt nichts mehr. Jetzt mach hinne. Alter. Immer noch nicht. Danke. Ähm. Freunde. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Und ich versuche da mal irgendwie das hinzukriegen. Da richtig hinzuschleichen. Ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen. Obwohl es ein bisschen drunter und drüber war. Und ich hoffe ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt. Kingdom Come Deliverance. Und wir schaffen voll endlich die Flucht zu den Minen. Hoffentlich. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao.